Hey Curry! Der Curry wollte eigentlich, der wollte, es hat mir gerade im Hintern geschnüffelt, als er hier die ganze Zeit die Leiter hochgelassen wollte. Ich wurde gerade abgeschossen von den Polizisten. Ja und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play, wie heißt es nochmal hier dieses Spiel, was wir gerade spielen? Wenn ihr euch nicht beeilt übrigens beizutreten, ne, da tritt schon Heidel ein und so, wird nicht gekickt natürlich. Jobliste, Heidel traut, hat mir ein Angebot gemacht. Das kannst du doch nicht ablehnen. Ja, ein Angebot ist nicht da. Ja, hallo, 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 ciao. Ich hoffe mal, wir kommen jetzt alle in ein Team. Ja, wir machen heute mal was Vernünftiges, und zwar, was machen wir lieber? Den Cartouge-Modus. Ja, erzähl doch mal, jetzt lies doch mal wer vor, den schönen Text. Ja, dazu Israel da. Tja. Komm, Tobi liest das jetzt vor, Tobi liest das vor, der Tobi ist mal so, ne, komm der Tobi. Das machen wir, weil der Dennis Horst ist. Der Dennis ist Horst, dann macht der Dennis das. 2 Importeure streiten am Terminal um eine Lieferung. Nahkämpfe auf engstem Raum entscheiden, wer mehr von der Ware auf seiner Seite der Container schaffen und dort auch beschützen kann. Alter, Alter, das war ja Brainstorm. 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 Wie geil. Ja, alles super schmeckt. Alles gut. Das ist also ein neuer Spielmodi, muss man sagen. Das ist einer dieser Capture-Modi. Wir haben ja nur Challenges gemacht und heute machen wir mal das, ne? Der Capture-Modi ist so, da gibt es zwei Taschen auf den Seiten und das Gegnerische Team muss die Tasche von den anderen holen und bei sich in die Base bringen und dann so weiter und so fort. Und man sieht wieder, ich bin High-Class Level 20. Ja, die anderen müssen sich warm anziehen. Vor allem Paladin Jupiter, Playweed. Vor allem einfach nur unsere Crew. Der Halo-Miner ist mit allen voraus übrigens. Andrea Berg spielt übrigens. Ach du Scheiße. Ach wie geil das aussieht mit den Weihnachtsbändern. Hammer. Der Schneemann fällt aus der Reihe. Ich hätte mal 100 Dollar aufs Slaymesse. Mach ich auch. Mach ich auch. Ja, ja. Leute, ihr seht nämlich, dass ich es einfach nur drauf hab. Boah, verdammt. Ihr habt... Das Mega-Team ist natürlich da. Weed, Reshy, 616, Heideltraut. Wo ist Aragorn? 616 ist am Start mit Aragorn. Also gegen... Wieso bin ich in Team 2 und nicht in Team Playmessive? Der Benni ist oben hier. Ich bin ja in Team 2 gegangen gerade, dass das ein bisschen ausgeglichen ist. Playmessive, du musst bereit drücken, Playmessive, du musst bereit drücken! Ich bin bereit, bei mir lädt schon die ganze Zeit. Ich bin auch bereit. Oh. Ups. Ich bin soweit. Ich bin bereiit. Bereiit für dieses Team. Was? So, wie funktioniert denn das jetzt hier? Was müssen wir denn jetzt machen hier? Hütens. Was? Was ist das denn für komische Zeichen da rechts? Okay, ich halte mich zurück nicht. Wo sind denn die anderen? Alle auf der anderen Seite dieser Container? Joey, komm hier. Oh man. Was denn? Ah. Also wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir den Koffer von der einen Seite holen und zu uns bringen, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Genau. Wie keiner mehr redet irgendwie. Konzentrieren, konzentrieren. So, ich hab mal nen Bike hier. Was ist mit den Koffern in der Mitte? Jawoll, 616. Alter, 616. Yo, yo, yo. Yo, yo. Ich geb dir Backup. Yo, alter. Wo sind die Reisetaschen denn? Das sind die Müssen auf der Karte. Wir müssen die abliefern. An den weißen Stellen müssen wir die abliefern. Ja, sehr schön. Menschenskinder. So seh ich das gerne. Die sollte eine sein, die seh ich aber nicht. Los, Joey. Warte, warte, warte. Die müsste oben liegen. Joey hat's grad ausgegangen. Scheiße. Oh, die Eichemisten sind voll krass drauf. Die sind übertrieben herrlich. Die komm ich denn hier hoch. Sie sind in unserer Base. Ja. Die wollen unsere Taschen klauen. Boah, der ist ja man. Ab geht's. Boah, ich wollte grad schon loslegen. Nein, nein, ich bin tot. Ich bin tot. Nein. Ja. Ich war zu gierig, Alter. Ich hab dich erwischt, du Drecks. Okay, jemand muss auf jeden Fall aufpassen. Bring in die Karre rein, mit der Tasche zurück. Ich hab ne Tasche klauen. Go, 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 go. Jawoll. Oh, da hinkt der marginische Spieler. Gar nicht gut. Saraz hat die Tasche. Ich fahre langsam aber sicher zurück. Pass auf, da kommen wieder Gegner. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt muss ich da einfach hinlatschen, oder? Verdammt. Dann leg ich die automatisch ab wahrscheinlich, oder? Ja. Ja, läuft. Sehr schön. Jawoll. Läuft die Nummer, die machen wir platt, Alter. Komm, steck auf. Sollen wir nicht lieber hier warten? Die haben eh mehr Taschen als die. Ja, die müssen ja jetzt eh. Oh, da kommen sie, da kommen sie. Huah. Alter, ich bin voll krass. Verdammt. Ich kapier das hier überhaupt nicht gerade. Yeah. Mega unglasierter. Ich lauf hier rum, aber ich seh niemanden. Ja. Du mein Ei. Sehr komplexes Spiel. Wir schützen grad die Base hier. Du musst einfach Taschen sammeln, Alter. Taschen sammeln und dann zu deiner Base bringen. Das ist easy, ist das eigentlich. Jawohl, da kommt noch ne Tasche. Boah. Ja, ich seh grad Reshi. Boah, guck mal wie viele Punkte wir da haben. Alter. Das tut mir leid. Wir haben aber auch ne Ultra-Crew, muss man einfach sagen. Ja, klar. Wir sind halt keine Golems. Boah, halt die Fresse, ey. Das tut mir leid. Gimli. Boah, da hinten Heidetrod. Boah, hast du mir nen Shrek eingehakt. Boah, Alter, ich... Ey, wir müssen uns unbedingt andere, andere Mützen. Zieht euch das Rentier an, damit wir die unterscheiden können. Direkt auf Anhieb. Oh, oh, warte mal, warte mal. Ah, ich wollt grad umgeschossen. Von wo? Als ich das Rentier anziehe. Ich wollt das Rentier anziehen, weißt du? Ja, Mist. Was ist denn gemessert? Das hat über die umgeklatscht. Nein, Mann. Dreh dich um. Wieso dreht er sich nicht um, der Wichser? Das gibt's doch gar nicht. Ey, Leute, ich hab ne geile... Ich baue nen Verteidigungsring mit. Boah. Ah, ich hab ne geile Idee. Ich hab ne mega Idee. Ah, nein. Das ist ein Dreck. Hinter uns. Hinter uns. Oh, wo ist der hin? Toastwiesen. Pass auf, pass auf, pass auf. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Jawoll, 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 jawoll. Tot, 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 tot. Boah, gezielt ausgeschaltet. Alex macht den Sniper wieder. Ich renne weiter. Team 2, wo seid ihr? Ja, komm. Ich komm ja nicht mal durch. Nein. Ja, wir müssen mal zusammen da durch. Pass auf, pass auf, Tobi. Im Team vorgehen. Hinterm Auto steht der. Hinterm Auto? Willst du unseren Taschen? Ja, in der Gasse, in der Straße steht der drin. Ja, ja, den, den haben wir markiert. So, jetzt. Mach ihr. Begebt mir mal Feuerschutz gerade. So, einen hab ich genutzt. Ich gucke, ich gucke. Ich probier mal grad eine Verteidigungsanlage. Ah, werd getroffen. zu bauen. Ist da Bescheid, was ich meine. Ich will's nicht laut sagen, weil das ist ja auch Bescheid. Vorsicht da hinten. Achtung, da hinten. Curry. Nein. Ah, Mist. Boah, der steht hier vorne. Paladin Jupiter. Ja, ich hab' aber auch erwischt. Okay, gut. Gut, 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 gut. Hier ist Teamplay echt gefragt. Ist wichtiger als der einzelne Charakter. Find ich gut. Also steh' ich mich im Mega-Nachteil, wie immer sonst. Hier, wisst' Bescheid, ne? Ich hab' hier so einiges. Ja. Oh, ja, ja. Das zieht mich los. Oh, 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 oh. Da ist er wieder. Ah, nein. Fuck it. Pass auf, der steht da am Container. Okay, schon weg. Schon weg. Schon weg, super. Ihr kleinen Drecksäcke. Kann ich eigentlich, wenn ich eine andere Waffe in der Hand hab, auch die Dinger immer noch sprengen, ja, ne? Müssen wir noch ein bisschen aufpassen. Oh, der Avenger hat mich geholt. Ja, so nah an der Tasche. Verdammte Axt. Oh, oh, oh. Ah, Mist. Ah. Also, ohne gute Waffen hast du hier verkackt, ohne Witz. Ja, ja. Vor allem, wieviel ich auch bei euch reinpumpen muss, ist unfassbar. Ja, teilweise ist das der Hammer, ne? Ich weiß nicht, ob das ein Feind oder ein Freund ist da hinten. Ah. 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 Dennis. Okay, Alter. Also, wir brauchen noch eine gottverdammte Tasche. Wir brauchen noch einen Punkt hier, ne? Ja, ja. Guck mal, fünf Minuten noch, Alter. Wenn die uns jetzt einmal hier reinholen. Fünf Minuten noch. Ja, aber wenn die uns einmal hier killen, dann sind wir am Arsch. Ihr bleibt am Angreifen, ne? Ey, ich kann nicht ausmachen, ob ihr Freunde oder Feind seid. Das ist blöse. Blöse. Ja, man braucht die Minimap auf jeden Fall dazu. Volle Möhre, ey. Sehr schön. Sehr schön, Alter. Sehr schön. Oh, sorry. Ah, die Haftbomben bringen ja gar nichts. Das ist zu großreichweitig. Das könntest du vergessen eigentlich. Oh. Boah, ich dachte, das ist ein Gegner. Spieler mal Deckung. Oh, von oben. Von oben. Oh, scheiße. Oh, das macht's aus. Die Tasche liegt irgendwo in der Mitte, die letzte. Ich hab die geholt. Scheiße. Hab ihn, hab ihn. Ja, ja. Ich hab ihn gesehen. War der Gregor. Oh, fuck, ey. Morgen Kinder, wird's was geben. Verdammt, ey. Verdammt, ey. Da hat mich schnell noch seine Kohle. Ich mach mich dauernd fertig. Alter, wir sind super am Start hier. Müssen auf jeden Fall noch eine Revanche da machen, ne? Macht doch Laune, der Spielmodus. Ja, der ist supergeil. Der ist geil. Nein. Boah, ich denke mal, da kommt ein Gegner. Ja. Ah, Tobi. Schade. Tobi, das ist die letzte Tasche. Die liegt genau in der Mitte. Oh, ja. Die haben sie. Die haben sie. Ich komme. Jawoll. Wir kriegen das Ding. Oh, das ist auch ein Gegner. Oh, ich hab einen abgeknallt. So, die Tasche musst du dir eigentlich an das Ziel bringen. Ja, ja, ja. Bei der Weed. Komm schon. Da ist die Tasche. Jawoll, jetzt nur noch abdrehen. Oh, ich hab noch einen gemacht. Der Geleitschutz. So, ihr müsstet jetzt echt ein bisschen Vorsprung haben. Ja, warte. Das muss das... Entschuldige. Cool, 616 ist dahinter. Ja, ja. Das ist übernehmbar, das Ding. Ihr kommt aber schon mit deinem Weihnachtsmann angerannt. Sehr gut gearbeitet, Jungs. Sehr gut gearbeitet. Oh, Mann. Ach, das Besuch. Ja, ich bin das nur hier. Ich stell mal hier ein Auto hin, da haben wir mal ein bisschen Deckung. Vorsicht, da kommt Reggie und das ist auch unsere Tasche. Ja, das war's. Das war's. Wir haben gewonnen. Scheiße. Jo. Jawoll, jawoll. Da hab ich sie gar nicht gesehen. Scheiße. Ja gut, aber eure Crew war auch immer zu gut, muss man einfach sagen. Oh, 1000 Dollar immerhin. Puh. Dann können wir noch eine Revanche machen, oder? Jawoll. Schön, schön. Seh ich gerne. Seh ich gerne, Freunde. Seh ich gerne. Endlich mal Erfahrung bekommen nach 20 Jahren wieder. So was ich noch erlebe. Juhu, drei Kills. Juhu, ich freu mich. Ja, man braucht echt gute Waffen für das Ding. Sonst hat man echt Probleme. Ist doch egal, ey. So, wir haben halt voll, wir haben eigentlich, ihr hättet verteidigen müssen am Anfang ein bisschen besser. Wiederholung. Ja, auf jeden Fall. Okay. Das war eigentlich der Fehler, aber es war gut, dass Kürre nicht die ganze Zeit hinten geblieben sind. Ja. Ja. Aber eigentlich sollten wir das überhaupt nicht sagen, weil... Ja, aber hat ja gut geklappt trotzdem. Wir campen jetzt auch. Das Ding ist aber einfach, ihr hattet auch einfach die Über-Gamer bei euch halt in der Crew, das muss man auch mal sagen. Ja, vor allen Dingen konnten wir uns absprechen. Ja. Das stimmt. Ja, stimmt. Bei uns waren nur zwei MTS, ne? Ja, ja, ja. Mhm. Boah, alter. Let's Play Onkel ist natürlich auch... Ne, er hatte doch auch schon ein sehr starkes Team. Alter, Paladin, Jupiter und Let's Play Onkel alleine. 163, 120, das war schon fair. Avenger 132, also ganz ehrlich. So schlecht war das Team nicht? Äh, ich hätte gerne noch Muni gekauft. Ja, wollte ich auch gerade machen. Warte, warte. Ich auch. Aber egal, ne, ist egal. Ja, da liegen auch Waffen rum, ne? Ja, wir haben auch noch ein bisschen jeder, oder? Ja. So. Kannste jetzt immer noch machen. Das sind wieder dieselben Teams, oder? Hä? Wieso sind das wieder dieselben Teams? Das ist doch scheiße. Aber ich bin bereit zum Spielen. Ja, toll, ey. Das ist doch kacke. Das ist echt doof, ja. Wir können ja ein bisschen durchskippen. Ja, man kann ja nicht wechseln. Ich geh mal zu Slay Massive rüber. Wie wechselst du denn, Tobi? Ich kann gar nicht wechseln. Und ich komm mal zu euch. Tobi, wie wechselst du denn? Ich glaube, du bist nicht Team-Ausgewogenheit. Ach, man kann ja ja gar nicht mehr wechseln. Ja, ich bin jetzt zu Slay Massive. Hast du Team-Ausgewogenheit eine oder Ausgewogenheit? Man kann nicht wechseln, glaube ich, oder? Ja, stimmt, weil es Team-Ausgewogenheit eine ist. Boah, das ist doch scheiße, Mann. Nee, aber das ist eigentlich fair berechnet. Ja, aber wenn wir jetzt hier die ganze Zeit im selben Team sind. Kommunizieren können. Ja, ja. Das Problem ist, ich hab halt Angst, dass alle dann wirklich bei einem Team sind und die anderen dann... Ja, das stimmt auch. Ja, das passiert halt. Team-Ausgewogenheit muss an, dass sie nicht neu gemischt hat. Scheiße ist es trotzdem. Ja. Ja, der restet das wahrscheinlich einfach nach dem Level und dann gleicht er das aus, weißt du? Deswegen ist es eigentlich schon... Es ist trotzdem scheiße. Ich verstehe, dass es vom System her natürlich toll ist, aber es ist trotzdem scheiße. Zumindest für unser Team jetzt ist es scheiße, weil wir können ja gar nichts machen. Wir können ja da für sich rennen. Hier, die Taschen nimmt man nicht so auf. Da muss man extra hingehen, oder was? Ist ja ein bisschen leer. Ja, musst du drüber laufen. Oh. Alter, was macht der denn? Jetzt bleibt doch mal stehen. Alles klar, aber die haben die Seiten gewechselt, ne? Ja. Okay, das sieht aber hier noch sehr ausgeglichen aus. Okay, Tasche abgeliefert. 3 zu 2. Boah, jetzt geht es aber ab hier. Tasche abgeliefert. Das geht zu schnell. Ja, zack, zack, zack. 4 zu 2. Weil die könnten ja von uns... Ford Mustang rum. Jetzt wird es interessant. Der Dominator. Ego? Nao, wofür das denn, ey? Wo bist du? Ich bin hier. Ach, hier. Ich trau mich auch mal was. Ich war ja die ganze Zeit so passiv in der letzten Folge. Ja, wir möchten jetzt hier mal... Der Heidi, scheiße. Wie ist sie denn? Wo ist er? Könnte mal einer... Ja gut, das bringt ja nichts im Teamspeak zu sagen, ob einer mit hinten bleibt. Es hört mich ja keiner von der Crew. Nein! Verdammt! Ja doch, ich bin ja auch bei dir, Kronkh. Wir müssen auf jeden Fall auch die Basis verteidigen. Weil wenn ich alleine da hinten stehe, dann ist mein Rücken komplett offen. Hey, ich hab die Tasche aus der Basis geklaut. Ah, schade. Wie geil. Und Avenger hat mich gerade gekillt. Ich hatte gerade einen Kumpan von euch umgehauen. Aber jetzt hat Avenger meine Tasche... Alter, ich hab die Tasche aus der Basis geklaut. Geil, das ist super. So müssen wir das machen. Deswegen ist das mit dem Verteidigen voll wichtig. Schön, Dennis. Boah, wie schnell das geht, wenn man da rausrennt. Wer bleibt gerade hinten? Curry, bist du wieder hinten? Ja, ja, ich stehe oben. Die lachen aber langsam. Die rücken langsam vor, Leute. Die rücken langsam vor. Ich habe eine Tasche. Sehr gut. Super, danke dir. Super, danke dir. Oh. Ich hab letzt Play, Onkel. Hab ich den noch... Ach, der lebt noch. Krass. Boah, wie schön aus, ey. Boah. Ist das ein Feind oder ein Freund? Ah, das ist der Weed. Sorry. So, wir müssen auch unsere Bärchen ein bisschen überwachen, ne? Da kommt nämlich wieder ein Weihnachtsmann angerannt. Mehrere sogar jetzt. Da kommt jemand, der hat... Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Geh in Deckung, geh in Deckung, geh in Deckung. Ja, ja, ich bin dabei. Da sind mehrere, da hinten sind super viele. Kommst du eigentlich gar nicht mehr durch. Die kommen durch den mittleren Gang. Durch den mittleren Gang. Ach, das bist du, okay. Weil du musst die einfach... Ja, ja, ich bin dabei. Ich gebe jetzt ab. Ein, zwei, Touchdown! Gut, 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 gut. Okay, jetzt bleib ich mal hinten. Weil jetzt wird's eh eng. Oh, da kommen verdammt viele von mir. Boah, fuck! Okay, die kommen jetzt zu uns. Die sind bei uns an der Base fast, Leute. Ja, ja. Ja, wir stehen ganz in Containern. Wir stehen bereit. Au, man. So, wir stehen mit. Nein. Wie ruhig das ist. Ja, gerade. Ja, gerade. Ja, 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 ja. Okay, okay. Weiter so, weiter so. Wir machen jetzt alle die letzte Tasche. Ist nicht die letzte. Es sind zwei, die ihr habt, ne? Ihr habt hier schon der Base. Das heißt, es gibt gar keine Tasche mehr. Einer muss angreifen. Ich greife die jetzt an, Jungs. Ihr habt das ja im Griff. Sonst wird das... Glaube ich nicht. Kommt, jemand. Probier mal, was ganz gewieft ist. Oh. Ohohohoho. Eine perfide Strategie. Huch. Ist schon jetzt nicht aufgegangen. Bei mir sind gerade alle rausgeflogen. Halo Mine, Let's Play, Uncle Avenger. Besen. Alle rausgeflogen bei mir gerade. Aber was ist noch da? Und 616, Laser Gurke, Currywurst. Alle geflogen gerade. Ja. Bei mir ist auch nichts schrieg. Oh, was. Ach so. Scheiß. Ja, bei mir auch jetzt. Bei mir auch jetzt. Bei mir auch, ja. Ne, es sind noch einige drinne. Du spielst noch mit mir. Ja, ja. Du bist auch noch nicht rausgeflogen. Pamm. Das kommt bei dir bestimmt auch noch. Das kommt bei dir bestimmt auch noch. Ein paar sind noch drin. Ja, wir sind noch noch drin. Okay, ich geh jetzt in die Verteidigung. Ich seh ja, dass der Heidi da auch seinen Job macht. Ganz gut vorne. Ne? Curry, du bist noch drin, oder? Ja. So, Tobi. Hinten, hinten. Wer hat angegriffen. Und das ist nicht zu knapp. Jetzt seid ihr auch noch in der Überzahl. Tobi, Tobi. Ja? Du, hier hinten ist jemand. Oh. Paladin Jupiter, um genau zu sein. Den sollten wir uns vornehmen. Hab ihn. Sehr schön. Der hat mich gar nicht angegriffen. Ja, der hat mich die ganze Zeit geaimt. Ja, super Ablenkung. Ja. Aber der war gefährlich da an dem Staff. Ja, Alter. Super. Killer. Jetzt sind wir hier in unserem eigenen Spiel. Ja, genau. Seid ihr jetzt in einem anderen Spiel? Ja. Wir machen gerade unser eigenes Spiel. Das läuft jetzt zwar hier weiter, nur ohne euch. Sorry Pandoria. Ich habe vom Tor geschossen. Boah, Alter. Ey, der Weed mit einem Schuss weggemäht hat er mich. Ja, Jungs. Wie geht das denn? Ich halte hier hinten die Stellung. Ja, aber der Weed ist ein Hammer. Ja, aber da haust du mit einer Sniper rein. Der ist nicht tot. Und der haut dich mit einem Schuss weg, Alter. Das ist scheiße. Tobi, Tobi. Tobi, rein, rein, rein. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Ja, Mann, ja, Mann. Nein, Tobi. Tobi, brenn durch jetzt. Fahr los. Du schaffst es, du schaffst es. Aua. Wir müssen durch, Tobi. Irgendwo liegt eine Tasche, ne? Nein, Tobi. Ja, geil, geil, Tobi. Geil, geil, geil. Oh, ich hab den Tobi weggefahren. Ihr seid durch, ihr seid durch. Ja, eine brauchen wir noch, oder? Ja, komm, komm, komm. Ja, eine müssen wir noch. Raus, Tobi. Entschuldigung. Sehr gut. Geil. Nein, Tobi, komm, komm, Tobi. Ich bin lebendiger Schneemann. Ich finde das, das ist, das ist Mobbeln. Pandori hat eine Reisetasche aufgesammelt? Hä? Ja, wahrscheinlich eine, die ihr gedroppt habt. Also hier hat niemand was. Aber ich bin verletzt, Jungs, ne? Bleib hier. Hier, Tobi, bist du bereit? Ja. Ihr müsst euch beeilen, weil die Leute wissen, dass, äh... Tobi? Sorry, Betty! Nein, verdammt, ey! Wie kann denn, wie kann denn Pandori, da gibt's noch eine Reisetasche mehr am Spiel plötzlich? Ah, Mann, ey. Los, Tobi, los! Los, los, los! Ich hab die abgeknallt. Wo ist die scheiß Tasche? Du bist, sie hasst sie, sie hasst sie. Gib Gas, gib Gas! Tobi, komm! Ah, Alter! Komm, da ist der Letzte. Ah, Tobi! Fürs Vaterland! Nein! Jan, komm! Lass es! Fahr, Junge! Fuck, 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 fuck! Oh! Alter! Oh, ist wirklich geschossen! Scheiße! Nix da, Gregor! Nix da! Hat er sich noch versteckt. Ich dachte, er läuft weg. Fuck nix! Und das ist unser Win! Haha! Fuck it! Oh, Mann! Ja! Aber das war eine gewiefte Aktion. Ich hab dich aber noch gesehen aus dem Augenwinkel. Alter, ey, das war so krass! Boah! Ich dachte gerade bei der Tobi Tasche holt, wollte ich mal schnell eine zurück. Aber naja, ging ja nicht. Aber jetzt waren die Truppen direkt fair. Guck mal, wie wenig Leute da nur noch sind. Aber am Ende war es ja auch spannend. Da haben wir uns mehr umgelegt gegenseitig. Hast du gemerkt? Ja. Da war es wesentlich ausgeglichener. War echt krass. Hat aber richtig Laune gemacht. Zwei Punkte. Und es gibt natürlich auch schöne Erfahrungen. Das freut mich mal. Gefällt mir trotzdem nicht, so. Gefällt mir. Ich mag das nicht! Aus Prinzip, ich muckel jetzt. Machen wir jetzt... Ne, keine Wiederholung. Machen wir jetzt ein Päuschen? Oder machen wir ja noch freier Modus? Oder machen wir ja in der nächsten Folge was anderes? Ich hab keine Ahnung. Freier Modus. Müssen wir jetzt wieder auf dem Server sammeln, ne? Ja. Ach was, wie lange denn wir gemacht haben? Einfach ein Deathmatch. Da kriegen wir jetzt noch Erfahrungspunkte für und Geld. Zum Abschluss. Ja, ich hab... Hier. Meinst du Stromschlag, oder was? Ja, diesen Knast Bruderkampf. Oben rechts. Oder was? Na gut, von mir aus. Was soll es? Ja, machen wir den noch zum folgenden Ende hier. Da haben wir ein paar Missionchen gezeigt heute auch. Eben, eben. Der ist sogar... Das ist übrigens ein neuer Job. Der wurde bei dem Content Creator erstellt. Oh! Und von Rockstar verifiziert? Genau. Ach, Tatsache. Von Rockstar Verifizier. Steht bei mir. Für das Team. Hat nicht mehr hingepasst. Bum 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 Ich versuch dir mal beizutreten Dennis, dürfen wir Waffen kaufen bitte? Jaja, machen sie das! 56 Sekunden noch Ich kann nicht Ich kann auch nicht Ich muss auch, glaub ich, auf Einstellung bestätigen, oder? Ja Erstmal Ja, warte, da müssen noch welche beitreten Der Let's Play Onkel, der Avenger, der Lasergokel X-X-Player irgendwie, da Thundra-Golf war vorhin auch schon da Neptun-Racker Diese Standardnamen immer sind so lustig Alles unsere Crew, bis auf zwei Auf Rebell-Radio läuft ein cooler Song Auf welches? Rebell-Radio Rebell-Radio Rebelly-Doubley Das nennen die in Jamaika auch immer Rebell-Radio Haben wir den gleich? Läuft aber so ein Country-Song Ja Country, ne? Komisch Eigentlich ist das ja der Jamaika, der Reggae-Sender, ne? Rebell-Radio Ja? Rebell-Radio Ja ist lustig Ja, ca. Das wird bestimmt immer überfahren Rebell-Radio wir schon mal Waffen kaufen können. Ja. Da steht auch Spielerwarten bei mir. Achso. Komm legt los, ey. Wo redet jemand? Hä, wo denn? Der Player. Der Player, ja. Achso. XX-Player. Hör ich bei mir gar nicht, komisch. Wir müssen auf den Drumstep noch warten, sonst können wir nichts machen. Drumstep! Wenn der jetzt hier nicht beitritt, ne, dann ist es super. Dann steppt ihm auf den Drumfuß. Ah. Warum hast du jetzt die Gamer-Texte ausgeschaltet, damit keiner weiß, wer wer ist? Mhm. Warum? Ja, einfach nur so. Weil wir alle Weihnachtsmänner sind. Aber es ist doch voll gut, wenn man weiß, wer einen angreift. Dann weiß man, warum man direkt drauf schießen kann. So ist man bestimmt lustiger. Und Gesundheitsbalken auch mal aus. Ah, jetzt. Ach, der Verlaufen mehr kaufen. Ja, hier konnte man keine kaufen, Tobi. Ich kann nichts machen. Nee? Ich glaube, jetzt kann man aber nochmal, oder? Ja, jetzt kannst du welche kaufen. Ah. Im Nassbruder-Kampf. Im Hof der Strafanzeige. Nee, kann ich auch nicht. Ich kann hier keine kaufen. Da ist keine Revolte ausgebrochen. Ich glaube, ich kann jetzt hier, oder? Schwere Panzer? Nee, nee, keine Waffe. Tatsächlich nicht, ja. Das ist aber traurig. Das ist gar nicht so. Egal. Das ist aber fast schon traurig. Heidel-Traug. Heidel-Traug. Wir sind jetzt hier mit wem eigentlich? Ich bin mit Playmaster. Ich bin wieder mit, ich bin wieder beim Saratel, ja. Avenger, wo ist mit Punkt? Hä? Ich bin mit Alchemisten, Pandoria und dann irgendwie Neptun, Raka, Player, Paladin, Jupiter. Das sind die gleichen Teams wie vorhin. Nee, die sind ein bisschen anders. Ja, weil jetzt andere, weil jetzt andere Spieler dabei sind. Mhm. Alles super merkwürdig mit diesem Ausgleich-Dingens da. Weiß ich ja nicht. Der Curry denn ist auch dabei? Ja, ich bin auch dabei, ja. Den hab ich gar nicht gesehen. In welchem Team bist du? Ich bin beim Saratel hier. War ja klar. Alter, wie krass. Alter, wie krass. Alter, das geht nicht ab. Alter, das ist unbewaffnend. Ach, geil. Alter, wie geil. Nur mit Fäusten. Yeah. Ein Flug, Alter. Ja, natürlich. Ja, geil. Nahkampfmaschine. Geiler Knockout. Alter, ich seh ja gar nicht, wer wer ist. BAM. Alter, wie geil. Verdammt. Was'n das? Wut grad von nem Geiste schlagen. Darwitt hatte ich vom Flügel. Das war eher ungeil, ne? Wut grad von nem Geiste schlagen. Ähm, angeblich gibt's ja doch Waffen, oder? Nee. Deswegen konnten wir uns doch keine Muni kaufen. Alter, wie krass. Ich probier grad mal was aus. Oh, oh. Akterkraut. Wo ist's? Wo sind die? Ja, Alter. Was war denn das? Ich hab'n Basie gefunden, Alter. Wie hoch ich geflogen bin, wie nice. Hast du's gesehen? Ja, geil. Aber ich bin schon vorher irgendwie hochgeflogen. Boah, Alter. Ja, Mann. Alter, Kill-Serie. Wie er aus, wie er ausholt. Boah, mit dem Basie bist du hier so overpowered. Ey, warum hab' ich hier keine Waffe? Ach, das bin ich. Ich erkenne ja gar nicht, wer ich bin teilweise. Boah, wer war das denn? Heideltraut, natürlich. Wer auch sonst? Der kleine Stricher, ey. Boah, einen weiß ich gar nicht, ob ich jetzt meinen Kollegen angreifen, oder? Oh, ich hau' ganz der Gronkh seine Leiche. Will ich gar nicht. Ich verprügele Gronkh seine Leiche. Nach dir schnell seine Kohle. Hab' ich. Ich hab' noch keinen umgenutzt hier. Also mal rein. Boah. Boah, mit'n Messer. Irgendwer hat'n Messer. David hat'n Messer. Aua, der FBI-Typ. Boah, das Messer geht echt ab. Also hier musst du ja echt wissen, wo die Waffen liegen, ne? Teilweise. Ja, man muss aber teilweise so da drüber klettern und ich versteh's nicht genau. Boah, wenn du hier die Waffen nicht hast, dann bist du eigentlich verloren. Ja, das sieht man aber auf der Map, ne? Haha. Aua. Alter. Ich werd' hier einfach nur umgebotzt die ganze Zeit. Ich hab' noch nicht einen umgehauen. Boah, verdammt. Wir sind hier ja da her mit dem Anzug. Wir führen, wir führen. Alter. Zack. Alter, Geld will ich gar nicht. Ich will kein Geld, ich will ne Waffe. Aber ich bin halt auch waffenlos sowas von unterlegen. Ähm, wenn du jetzt 720 bist. Und wenn dann einer an Basie hat, brauchst du gar nicht hin, um zu rennen. Hilft eigentlich nur abholen. Aber einfach mal rein, komm. Einfach mal rein. Einfach mal rein hier. Zack, Alter. Boah, Alter. Geht doch hier. Die Knastis, roll mal auf hier. Hey, wir brauchen unbedingt noch die Game-Attacks, Leute. Aua. Teilweise irgendwohin, aber nicht dahin, wo ich... Ah, da ist einer mit Messer, der will mich umhauen. Boah, Scheiße. Mann, ich hab grad ne Ding hinzufügen. Jawoll. Kacke. Oh, verlierer. Wie das denn? Das war ja voll. Überfahren und erledigen einen Gegner. Hab ich grad noch ausgesehen. 4.000 Dollar. Scheiße, nur 2.000. Ich hab doch nur einen umgemerzt oder so. Überhaupt. Ich hab gar keinen getötet. Na ja. Ich hab gar keinen getötet, ey. Hey, immerhin auf dem zweiten Platz war uns mit ihm. 2 hab ich umgeschnappst. Oh, ich bin auf dem dritten. Hm. Ja, der Weed, Alter. 7 kills mit seinem Messer. Der war auch krass unterwegs. Ja, ja. Ja, wenn du hier die geile Waffe hast, hast du halt einen Win, ne? Ja, ja, ja. Guck mal, direkt 4.680 Dollar, ey. Und wir verprügeln uns immer für lau. Ja. Schwallerei. Alter, ich würd das nochmal wiederholen, oder? Ich bin auch wieder der Spielverderber. Ne, 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 ne. Und danach möchte ich gerne, dass wir die Folge abbrechen. Und danach achtest du ab sofort auf die Zeit nach 20 Minuten. Ne, ich hab doch das Soundpond offen, weißt du doch. Ja, ist mir egal. Weil du mich immer wieder reinreitest. Der Serasa hört hier auf mit der Folge hier, dafür dass die Serasa die beendet. Und nachher dann wieder, ja. Dafür hast du ne Gewinnserie. Du bist immer im Gewinnerteam. Hör doch auf zu weinen. Du bist auch im Gewinnerteam. Was willst du mehr vom Leben? Ich versteh das nicht. Ist mir egal. Ist mir völlig egal. Ja, ich spiel auch gerne noch ne Runde. Aber sonst haust du mich ja in die Pfanne. Ich hab gerne mal Packs wieder angestellt. Ja, der haut mich ja in die Pfanne. Das nervig mit den Dingern hier. Lazy Tone. Weiß ich gar nicht. Echt? Wieso weißt du das überhaupt? Ich hab ja mal Packs mal wieder angestellt. Früher geguckt. Ohm Gottes Willen. Hier, guck mal, warte mal. Ah, Schlenderman. Oh. Cool. Alter. Voll cool. Ja. Benti98. Benti98. Komische Namen hier immer. Ja, ja, ja. Ich bin rausgeflogen. Neptun. Wer ist rausgeflogen? Ist jemand rausgeflogen von uns? Ich bin rausgeflogen, ja. Was ist das denn? Ich bin rausgeflogen, ja. Keine Ahnung. Ah, die Teams sind wieder gleich. Doch, die sind gleich. Also wir haben jetzt... Das einzige was gleich ist, dass ich mit Playmassive, Currywurst und 616 spiele. Bei uns ist jetzt einfach einer rausgeflogen. Stattdessen ist Starkiller drin. Das war's. Ansonsten ist alles gleich. Gubi, du siehst so geil aus. Ja, die sind schon sehr ähnlich. Stimmt, Rechi war auch... Nee, Rechi war vorher bei euch. Zum Beispiel mal zeitweise auch. Danke. Alles sehr merkwürdig. Richtig komisch, ja. Aber das ist eigentlich klar, ne? So, dass sie gleich sind. Wahrscheinlich, weil wir einfach vom Level dann zu ähnlich sind teilweise auch. Oh, ich musste uns dann immer... Zum Beispiel haben wir noch nie mit dir gespielt. Ja. Schade eigentlich. Ja. Nee, nee. Du hast mich ja immer in die Fahne. Mach doch überhaupt nicht. Mach doch überhaupt nicht. Du kleiner Gimli! Geht das schon wieder los. Nee, das reicht jetzt. Genug hat sich ausgegeben. Wie kommt man denn an die Waffe ran, verdammte? Ja, die liegen hier einfach überall verteilt. Die liegen hier rum. Komm auf die Karte. Ja, aber die liegen doch an, wohinter gibt es da. Rauf einfach dem da Weed hinterher. Da weißt du immer, wo die liegen scheinbar. Basie! Ich hab den Basie. Ja, ich hab hier gar nichts. Ich probier mal grad was. Mal gucken, da ich die Map nicht kenne. Ja, außer dass ein Chris der Killer umhaut hier. Wenn ich überhaupt noch ne Waffe suche. Boah, Alter. Was ist denn mit dem Benty los, ey? Na komm Benty, komm. Nein, 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 nein. Bleib stehen, Benty. Ich bin doch so lustig. Wie er wegrennt. Wie er wegrennt. Ja, wegläuft der Benty hier. Und jetzt hat er auch noch den Basie und rennt trotzdem weg. Boah. Ise. Au. Mann, die Reschi. Warum habt ihr immer Schlag? Zack. Ich hatte noch keine Einzüge. Mann. Wird die die ganze Zeit immer umgemürt. Ich will auch nicht mehr Waffe haben. Messer hätte ich gerne. Die Messer sind schön schnell vor allen Dingen auch. Ja, Messer sind auch voll overpowered auch im Verhältnis. Ja. Wobei wir hätten auch einfach ne Prügelei machen können ohne Waffen. Einfach hier hoch. Aber das hätten uns die anderen dann wieder, die nicht jetzt im TS sind. Mit Waffen. Oh, oh, oh. Ne, ne. Man kann es einstellen, dass man keine Waffen hat. Ach so. Echt geil. Ja, das wäre eigentlich lustig gewesen. Das wäre fairer. Ah. Weil so ist es teilweise echt schon crazy. Ich gehe gerade hier ein bisschen Tightsing machen. Ich greife jetzt niemanden an. Alter, du hast nen Baseballschläger. Verriss dich. Komm her. Oh, oh. Nein, 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 nein. Da seid ihr. Oh, Mist. Von hier oben ist es recht lustig sogar. Kannst du jetzt meine Waffe einsammeln? Alter, der Curry greift nicht einfach an. Curry, was fällt denn dir ein? Ich dachte wir waren Freunde. Jetzt muss der Weihnachtsmann dir mal zeigen, dass du böse warst. Zu zweit, Alter, mit nem Messer. Ich glaube es geht los, ihr Penner. Jawoll, Reschi. Alter, ihr Penner, das gibt's ja gar nicht. Ich komm hier nicht zum Stich. Vor allen Dingen, wo liegt das scheiß Messer rum? Aber ich hab's von mir nicht zum Stich. Du bist schon drei Jahre in diesem scheiß Knast, Alter. Wollte ich gerade sagen, bist du auf den Einschubknast. Bist immer nur die Schlampe, weißt du? Das ist doch ein scheiß Leben. Alter! Gerade gespawnt? Schon ein Messer? Wie geht das denn? Leck mich doch am Arsch, ey. Hä? Das darf doch nicht wahr sein. Dann kannst du dich ja nicht einfach irgendwo hinstellen nur. Jetzt haben die alle irgendwelche Knüppel in der Waffe. Niederlagenserie, fick dich, Spiel. Nein! Beki! Lass mich in Ruhe! Boah, hast du ein Glück? Gloria haut ab von mir. Gib mir doch mal ne scheiß Waffe irgendwo. Wieso gibt's hier keine scheiß Waffe? Aua! Ich will ja hier keinen verfolgen. Nein! Alter! Pfff! Echt! Also wenn du hier keine Waffe hast, bist du eigentlich erst verkackt. Ja! Wieder mit nem Messer, ey! Fick dich doch ins Arsch, Alter! So ging's mir eben und diese Folge auch, Eric. Boah, dieses Scheißmesser! Was? Ey, wie schnell zieht er mir dein Leben ab, bitte. Ja. Über den umgemäht haben. Hier liegt auch keine Waffe rum und nix. Hm. Mein Leben als Knastfutter. Liegt so viel Geld rum überall. Zack! Ach man, jetzt hab ich ne Waffe und zack! Schon verloren, Alter! Leck mich am Arsch! Damm! Das gibt's doch nicht. Überfahr und erledige einen Gegner. Ich hab nicht einen einzigen getötet und wurde dreimal gespielt. Erledige einen gespielt am Nahkampf. Boah! Ätzend. Wie hast du nur einen überfahren? Mit welchem Auto? Du. Und hier der Weed natürlich wieder. Der Messerschlitzer. Das gibt's gar nicht. Da musst du echt die Map kennen. Acht! Acht! Kills, Alter! Guck dir den mal an! Ja, ich hab ein. Ich hab zwei Kills. Ich bin nicht mal auf der Liste, glaub ich, oder? Nee, doch. Die ist nicht lang genug. Und du musst aufs Grollen. Deine Grollen! Unfassbar. Ich hab keinen einzigen Kill gelandet, das ist echt deprimierend. Alter, wenn du keine Waffe hast, kriegst du keinen. Ich hab dir gesagt, wir sollen nach der Session einen Beschluss machen. Komm, Wiederholung! Komm, wir machen wiederholung! Wirklich, oder sollen wir eine Pause machen? Nee, ich brauch eine Pause, sonst bring ich jemanden um. Okay. Ohne Waffe. Aber dann machen wir eine andere Karte in der nächsten Folge, ne? Alles klar, okay, okay. Dann alles Gute und bis dahin. Bis zur nächsten Folge, hoffentlich mit neuen Teams. Tschüss! 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 Ja, das war nicht meine Folge. Das war einfach überhaupt nicht meine Folge. Aber vielleicht gab's ja eine Nächste mit Verteidigung der Nachbarschaft. Ja, ich will aber das Team auch mal wechseln. Ich will auch mal gute Leute im Team haben. Sei mir nicht böse Benni, aber du weißt ja, wie's gemeint ist. Ja, ja. Ich bin ja auch kein, ich bin ja keine Bereicherung. Das heißt, ich brauch gute Leute, die meine Fails dann auffangen. Ja, aber alleine konnte ich nicht rausreißen. Nee, ist ja so. Ist ja leider so. Und der Walle hat's gut, weißt du? Der hängt einfach hinten rum und lässt sich bedienen von den anderen. Das ist gar nicht so schlecht. Du kannst dir gerne auf meinem Channel nochmal angucken. Nee, nee, lass mal, lass mal. Lass mal, den View gönne ich dir nicht nach dem heutigen Tag. Wir haben einfach strategisch gekämpft und ihr nicht. Du hast einfach hinten rumgegangen und die andere gearbeitet machen. Ja, genau so. Strategisch. Auf jeden Fall sehr lange muss ich schon mal sagen. Genau. Tschüss! Tschüss! So eine Kacke, so eine Kacke. Kacke. Die Fresse, ey. Ich fick dir ins Augenloch, Alter. II. Ach-